Excuse me, wir haben 2022. Das kann doch nicht sein hier, Matching Time, 3 Minuten 13, was ist los mit euch Jungs? Habt ihr keine Lust an die Küste oder was? Nun mach mal, ich muss hier noch meine Quest erfüllen, in den Wellness Resort muss ich rein, aber ich hab diesmal keine Zeit fürs Spa. Auch nie massieren, ist nix drin. So, Matching Time, 4 Minuten, jetzt machen wir eure Schäcke hier, reicht. Captain, sag doch mal was dazu oder wie oder was, ich bin doch hier nicht alleine oder oder doch? Ihr kleinen Kremlins da unten, ihr verzieht euch jetzt auch mal, so, weg hier, ne, Kinder raus aus dem Puff. Jo, mein Kumpel in die Kita angerufen, hab gesagt, lass mal den Idioten lang warten, ne. Hast du mich grad Idiot genannt, Captain, das nehm ich persönlich. Reiß sie mal am Riemen, wenn das seine Mutter wüsste, sag ich dir. So, jetzt muss ich mich hier aber mal ein bisschen konzentrieren, Freunde, ich muss jetzt mal hier, wo ist, oh, ja, okay. Äh, äh, äh. Wo renne ich hin, ich will den Hidden Stash mitnehmen. Einmal schön im Kreis gelaufen, richtig. Stopp! Ich hab's im Gehör, irgendwer sneakt hier. Lass das Handtisch hinfallen und fähr dich. Ja, Mensch, bleib unruhig, ich will erstmal hören, wo er ist. Keine Ahnung, ich glaube hinter mir. Ich hoffe, er schießt mir jetzt nicht in den Rücken. Tobi. Vorne ist was los. Scheiße. Ich hoffe, er hat sich nicht in den Rücken. Okay, er wurde gerade noch von gegenüber beschossen. Er hat noch gegen irgendjemand anders gefightet von der anderen Seite. Ich hoffe, er hat sich nicht in den Rücken. Ich hoffe, er hat sich nicht in den Rücken. Ich hoffe, er hat sich nicht in den Rücken. Vornehin versucht, irgendwas zu töten. Da vorne ist ein ganz normaler Scaff. Oder zwei. Da noch einer. Da vorne. Habe ich den? Meine Güte. Einmal die Stamina hier. Da. Geil. Das ist so mies, das ist so mies. Okay. 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 Also, ein Strom für die Schleuck Thanks. Einmal die Schleuchte lassen. Ich bin für mich des Schleuchtes. Um besser als Er Fraser zu machen. W microbien. Ah, der wurde glaube ich schon geflattert. Hier vorne war ein bisschen was los. Ja, hier müsste der sein, den ich erschossen habe. Der hier, aber der durfte nichts haben. Der ist schon geflattert worden, wie sonst was. Oh, come on, owner. Oh, come on. Oh. Bin, get up, back to your brother. Oh. 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 Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Da. Hinten. Oh. 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 Das war's für heute. Ach scheiße, ich bin auf Null Energie. Mach schon jetzt keinen Bock mehr. Ja, ja. 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 Ich hoffe jetzt, dass ich hier vielleicht noch irgendwas zu essen finde. Ja. 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 Das ist jetzt natürlich alles doof hier. Sieben Nahrung. Damit komme ich nicht weit. Ich kann drinnen nochmal gucken. Die Skubs könnten haben, ja. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit. Ach Quatsch. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Ach come on. Ja. Ja. Dafür gerne Golden Star dabei. Natürlich habe ich Vaseline dabei. Weil ich Pro bin. Ja egal. Ich muss rüber. Ja. 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 Das ist ein Barsch. Ja. Das ist ein Barsch. Oh. Nein, 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 ach scheiße, man, ich hab mich so drauf verlassen, dass ich da rauskomme. Drei Spieler, eins, den am Anfang, genau, Mr. Ballerclava, den zweiten, den dritten, ja, drei Player, GG.